Was war das? Weiß ich nicht Ach, ein Creeper Nee, in der Hölle Hat die grad bumm gemacht Direkt bei uns in der Festung drin In der Fläche, hä? Okay Dann muss er da irgendwie reingekommen sein Aber durch mein Portal nicht Und durch Johnny Sands auch nicht Wahrscheinlich gespawnt vielleicht War das ein Need to Creeper? Weiß nicht, was das für einer war Wenn das ein roter war, dann ist ein Need to Creeper Ich hab das ja zu spät gesehen, weil der schon explodiert ist Dann, in dem Moment Das ist jetzt kaputt gegangen? Och, bisschen was aber das krieg ich wieder heil Also nix besonderes Nö Solang man noch durch die Portale gehen kann Ist alles j. Mhm, kann man auch noch Babababababababababababaaa Lalalala ich kann ja so gemeint sein und seine wahl weißen form ausschalten macht doch braucht auch gar nicht nicht ausgeschaltet sogar blau gelb jetzt haben wir nicht den strom gekappt blau gelb blau gelb blau gelb der keine eier bei sich in einem system toll ich habe glaube ich welche ich glaube schon ich komme ich weiß ja wo sie sitzen das bin ich hundertprozentig sicher aber das ist ein komisches mit über sich in diesen dingen ich habe zwölf eier aber ich glaube lastima dann kann ich mich mache ich mal aber wenn ich gleich so eine halbe stunde mache mache ich mal eben so eine hühner farm oder so was ja die baue ich irgendwo hin mache ich das fertig hühner farm dann programm ich weiß nicht ob ich das heute programmieren ich glaube die wollen erst den server zum laufen bringen ja ja weil irgendein plug-in verhindert türen zu zerstören muss kommt gut beim beim spiel wo man eigentlich darauf ausgelegt ist auf pvp zu spielen richtig mit oxyd lassen sich auf einmal die tür nicht zerstören mit einer holztür sicher mit c4 und holztür hält aus hält das aus die hef oxyd kommt jetzt alles entgegen weißt du weißt wie man oxyd schreibt mit was nur da ist richtig jackpot gezogen mal kummer hier ist ein meteorit eingeschlagen wo scheinbar auch oder kaputt ist welchem tower ja man hier hält der tower der hier stand nämlich kaputt so das läuft und meine metafabrik die läuft jetzt soll ich ausgekleidet aber läuft das finde ich gar nicht schlecht hat was gefällt mir habe ich oben noch platz weil sie nicht oben kann ich auch noch keine ahnung strom produzieren hast du nicht gesehen besteht hier mit einer festung stand hier vorne nicht bestimmt weil die karte noch mal generiert aber ich würde sagen glaube ich hier an der stelle noch haben wir noch ein paar mehr okay dann 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 weiß ich nicht natürlich auch meine kisten inventar in sortieren ja das wird blöd wenn das da mal so kurz noch dazu ist ja okay dann hast du recht ich hab immer recht nein doch nein 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 für was brauchst du denn deine eier nur für gysal cake brauchst du denn immer gysal cake oder einfach noch just for fun naja aber du kannst die schneider zum wachsen bringen ne ja warte dann weißt du was ich baue ich baue ne fabrik dahin dann eine hühnerfarm wollte ich gerade sagen ja eine hühnerfarm eine die milch produziert weizen was braucht er noch zucker ne ja glaube ich zucker auch noch dann würde ich nämlich das alles in ein haus reinbauen okay und dann halt wenn du sagst ich brauche es dann splitte ich eben um und dann kannst dann schaltet er eben das system um weil sonst schmeiße ich den rest in den recycler rein würde ich sagen wenn ich es nicht brauche du legst das ja so ein bisschen gerade weiß ich nicht das würde ich schon mal machen das mache ich alles aus sprüsch ist welches man findet auch keine irgendwo ich mache das hier vorne das ist ja die meisten sind immer drauf gegangen oder so keine ahnung ja ich mache jetzt aber die welt neu ist trotzdem egal ich habe zwölf eier weil du passt es nämlich dem sitze ich hier vor mir sind gebäude in der fabrik was kostet normaler kuchen nach der kosten okay da ist nun besser sein ja da mache ich so zwei kleine dinge dann mache ich eine eine farm wieder das mit vieler voll auf eine geile idee gebracht das mache ich alles auf screen aber egal ja und ich habe eine idee bringen glaube ich nicht hätte ich vielleicht hätte ich irgendwann mal so was gemacht mit den kühnen auf jeden fall naja weiß ich nicht hätte ich vielleicht auch gemacht nur ist just for fun aber dass ich jetzt eine fabrik daraus mache ja du kannst ja eine kürbiskuchen daraus machen ne ganze bäckerei kann ich machen so ist das ja eigentlich nicht weil die bringen ja auch ganz gute herzen ja wenn du essen brauchst ist gar nicht schlecht ja ich setze es werden außerdem habe ich mir lohnen hier noch am laufen die nachts immer angehen nach hier ist noch diese diese olle plürre ist hier vorne bei mir mal hier ist auch ein meteorit eingeschlagen das ist bei uns in der nähe also bei unserem stadthaus in der nähe ja aber sicher auf jeden fall wie viele blöcke ungefähr siehst du das stadthaus 187 187 oder habe ich auch schwein gab weiß warum 147 ist mein haus entfernt mein weiteste stelle ist die ist bestimmt voll weit hinten 460 bist du von mir entfernt wo ich gerade bin und 400 ja die weiteste stelle ist 400 das ist wirklich krass keine hühner ach doch hier ist er nun er wusste nicht die stern schnuppe runter gefallen durch mein haus nach der leid war dass man da ist das schade hat gekillt wird habe ich glück und krieg da oder man macht sich so ein safari ball wieder auch guck mal hier ich bin die ganze zeit ja an diesen stein suchen vorne bei unserem stadt haus ist das fail ja aber da kommt du nicht eigentlich nicht wirklich auf die idee da zu gucken aber fail ja eins aber eins ist uninteressant ja auch das mal fertig wenn man kann man die tatsächlich mit sieht ach scheiß auf züchten ich mach mach die trennen die eier nachher auf die soll er dann ja wenn du nicht so wirklich krieg oder wir finden ich übertreibe das einfach mal wieder ja ich bringe server halt noch mal mehr zum lenken was komischerweise bei mir nicht ist ich bringe den server nicht zum lenken na ja na zombie was geht bei dir ab so ketten siegen kopf ketten siegen kopf in der mail bei euch nicht schlagen dann kann ich mir kaufen wir haben wir nicht sparke challenge durch den scheiß noch machen das haben wir nicht bestellt creeper verpisst sich denn okay aber die anderen findest du alle ja und das auch sagt man 50 grad nur noch schaffe schaffe habe ich auch die büschung und scharf es hätte sagt man auch mann steht dann gesagt ich sag nur sex was wir ganz schnell aufgehört haben und dann wo wir rüstung gestippelt haben wäge mode aber wir sind trotzdem schnell verreckt ne ja 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 weil wir weil die einfach gekommen sind wir hatten nichts wir konnten uns nicht wehren wir hatten nichts im momental wir wussten nicht mal woher die kam wir waren ja gerade beschäftigt und die touren um zu räumen und dann kommt sowas so zentos ja mit 23 gleich ja haben wir doch ich würde mal so langsam nacht haben mache tag ja nacht stört mich gerade weinig wo hast du denn hin teleportiert zu mir nach hause so ein bisschen zu weit weg wenn du tag haben willst dann können wir kurz schlafen ich glaube das ist gerade nicht so die gute idee ich über zombies habt ihr auf mich abgesehen haben ich glaube ziemlich viele monster momentan oder ich guck mal ich kann mich hinlegen ich kann mich hinlegen ja schön oh ich werde angeschossen ich werde angeschossen nach ich werde angeschossen was weiß ich weil was lane bei skeleton steht er immer aber wollen wir dann beenden oder so klar ne ja wir beenden hier würde ich sagen und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal Leute tschüss Tschüss.